Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Metal of Honor, jawohl, mit dem Spawn natürlich dabei. So, ja, wir probieren mal wieder zu rocken, vorhin unsere Proberunde, wenn wir ganz ehrlich sind, lief nicht sehr schön, Andi, ne? Jo. So, wir gehen natürlich direkt zur Zentrale, so wie gehabt, wie gesprungen, wie die letzten 70 Folgen auch schon. Ja, der Andi hat wieder auf russische AK umgewechselt, er ist, er meinte, oder er kommt nicht so gut mit der polnischen, klar, weil die mehr verreist, ne? So hab ich das verstanden. Scheiß, Winterhund. Boah, warum ist er abgehauen? Hast du ja eingenommen, weil ich gedacht hätte, ich könnte das im Haus auch noch einnehmen. Aber so war es nicht. Scheiße, da komme ich nicht rum. Warum steht ihr nicht? Alter, wo sind die überall? Die sind schon im Norden. Ja. Ah, ich käme mal nicht mal. Boah, ich muss mich jetzt mal ein bisschen recken. Äh, Kampfhubschrauber, Gegner. Ich hab ne Drohne rausgeschickt, Andi. Scheiß, ich hab keine Muni mehr. Da kämpft er und wartet auf mich, äh. Ich hab keine Muni mehr. Doch, Hochleistungsmuni hatte ich noch. Scheiße. Ah, ich hab so schön gerockt. Ich komme. Bin da. Scheiße. Hinter dir und neben dir und überall. Ah, ich werd mich wieder bei Mitte auffalten. Öh. Den anderen Spot brauch ich nicht. Okay. Was? So, dann wollen wir mal hier unten lang gehen. Oh Mann, so eine Dreckscheiße hier, alte Scheiße, eine Gesundheit noch, so ein kleiner Pisser hier, leckt mich doch die Füße, Alter. Schon wieder im Norden. Runde gestartet, markiert feindliche Ziele. Nein, ich habe noch F gedrückt. Mein Gott. Verlieren mittleren Vektor. Was? 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 Ich will nicht bei Mittelsporn, ich will nördliche Basis, da wo angegriffen wird. Wird doch nirgends so angegriffen, die sind alle hier hinten. Da ist ein oder zwei Leute, Leute, das ist doch total uninteressant. Es ist doch nur待って gesagt. Und was ist denn ngo Chernow? Er schießt durch Autos. So, ich werde jetzt probieren, wie der... Da kommen sie. Eins. Ach, scheiße. Ich komme nicht klar, Mann. Verdammte Scheiße hier nochmal. Ey, ihr seid hier mit vier Leuten, wo die von der anderen Seite schon kommen. Oh, Mann, ey. Fängt echt schlecht an, ey. Feindliche Drohne hat euch erfasst, Atlas. Ich kann bei dir nicht spawnen. Du bist Dauergefahr. Letze. Mann! Sieben Gesundheit. Wieso ist das denn heute alles so knapp? Gut, wir leben. Ja, ich habe ihn angeblich nicht getroffen, oder was? Ey, wollte er mich jetzt hier verarschen, oder so? Gewonnen. Gute Arbeit. Bis gleich. So, und da kommen wir auch zurück. Jawoller, jawoller. Neue Map. Natürlich wieder mit dem Spawn dabei. Wir wollen rocken. Und jetzt wollen wir mal vernünftig hier zusammenspielen. Auf der Map kriegen wir das ja eigentlich immer gut hin zusammen. Oh, schließen wir von dieser Seite? Ja, endlich. Gehen Zentrale wie immer, ne? Ja. Okay, dann gehe ich außen lang. Da, wo wir immer versuchen runterzukommen. Nächstens greifen sie den südlichen Sektor an, ey. Ja, nicht so wie letztes Mal. Da kommen schon die ersten. Oh, tot! Mein Buddy hat mich gerecht. Sehr schön. In zwei. Ah, fuck, sorry. Egal, 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 egal. Bin da. Erst Versorgung. Weiter geht's. Ganz links an die, genau. Warte, ich werfe ne Flash. Und jetzt. So, weiter. Nächste Flash. Oh, in alle. Wird beschossen. Hab ihn. Überleben. Oh. Bin oben bei nördliche Basis. Nein! Ja, BGR. Es kommen mir Waffen vor, die kenne ich noch gar nicht. Ich bin da. Brücken fort zum nördlichen Sektor. Nordgesichert. Oh, lol. Zurück in die Schlacht. Hä? Der war voll blind eigentlich. Ja. Ja. Oh, ich hab dich gehört, hab dich gehört. Oh, ja. Doppeltun an. Doppeltun an. So, jetzt hier. Brune raus. Oh, Licht. Scheiße, ey. Ich seh diese Minen nicht. Ich seh sie nicht. Damit hab ich solche Probleme. Ja. Ich versteh das auch nicht. Du siehst irgendwie gar keinen. Du läufst immer an 4, 5 Gegner vorbei, die dich auch nicht sehen. Und dann triffst du auch einen. Also, da waren keine und dann bin ich vorgelaufen. Und hab die anderen da erst in die Uhr gelassen. Weil was wichtig ist, dass ich die anderen, die hinter mir interessieren mich nicht. Ich treff hier nichts mehr, Alter. Er trifft nichts, Leute. Ihr habt's grad gesehen, aber rockt da zwei ihr weg. Äh. Wir haben's grad gesehen. Er ist ein alter Flamer. Ja. Frack, killen sie Clowns irgendwie auch hier. Unsere Jungs, Graslan, runter. Man, no. Das gibt's doch nicht Das ist so ein Scheiß hier Hochleistungsmunizierung hat er gehabt, okay Seit wann steht das denn da? Das habe ich noch nie vorher gelesen Die werden hier völlig weggebombt Ich habe halt nur nicht mehr so eine schöne Kühlserie wie vorher Gegner ist der Hubschrauber Ich glaube ich mache Hochleistungsmunizierung rein und hole ihn hier Der ist down Oh scheiße, ich bin down Scheiße Aber ich kriege keine tolle Serie hier irgendwie hin Man merkt es Andi, wir hatten lange nicht gespielt Das ist echt ein Nachteil für uns Der schnee den nächsten Schrauber Der Schrauber ist weg Andi Unter mir, wer kommt denn her? Der töte immer drei Leute Ja und zwei Schüsse Schrot kann er locker einstecken Als wenn keiner den Feuer von den drei Menschen gar getroffen hat So eine Kacke hier Jawohl, ich habe auch schon wieder gewonnen Bis nächste Folge, ciao iloi